und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen runde league of legends und wir nehmen jetzt hier uns mal heute die empfohlenen sachen mit und zwar unsere laubstiefel damit unser kleiner champion ein wenig schneller flitzen kann so dann werden wir uns mal ein bisschen ausrüsten mit dem ersten zauber und dann flitzen wir wieder auf die bot lane um heute den kollegen mal zu zeigen wo der hammer hängt oder eher die axt ich bin gar nicht verboten wir sind wieder zurück ich freue mich riesig mal schauen zwischenzeitlich habe ich noch ein bisschen mit dem kleinen kumpel hier geübt und die ein oder andere runde gespielt und jetzt wollen wir mal schauen wie viel werden dadurch gelernt haben andere champions habe ich zwischenzeitlich auch mal ausprobiert aber ich muss ganz ehrlich sagen auch wenn das hier jetzt nicht unbedingt ein fernkämpfer ist wir haben zeit wir sind ja noch jung komme ich mit dem champion hervorragend klar er hat halt ein paar ganz gute zauber wie zum beispiel hier den kannibalismus finde ich supi da kann man sich also hervorragend die energie wieder aufladen und umarmung des todes ist natürlich auch eine feine sache um die panzerung aufrecht zu erhalten wenn man jetzt mal gegen einen anderen champion kämpft oder gerade schwer unter beschuss beziehungsweise unter gefecht steht so wen haben wir denn hier wir haben heute hier ein paar neue kollegen dabei da bin ich ja mal gespannt wie die sich so schlagen und wie das team generell ist weil ich habe es zwischenzeitlich auch gehabt dass ja so einzelkämpfer mäßig hier ganz schön viele unterwegs sind die einfach nur ihre kills haben wollen um aufzuleveln weiß ich nicht ist finde ich nicht so ganz und sinn und zweck der der ganzen geschichte hier dass man aufleveln möchte das ist ja eine sache aber ich bin das so jetzt geht's los jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen so zack und jetzt geht es los wollen wir noch mal gucken wie weit wir kommen ok mal gucken dass wir schon mal hier wow wer ist denn schon hingerichtet worden ok schnell weg hier 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 kleiner spacko ich bin nicht verbohrt nein wir warten nur darauf dass der kollege hier stirbt so der nächste zauber zack ja komm die schaffen war die schaffen war die schaffen war ok das sieht ja gar nicht mal so übel aus und dann geht's los jetzt geht's los hier ok weg hier weg hier weg hier weg hier hier und wir müssen schnell aufrüsten ein kleiner eierkorb dahinten soll jetzt aber wir haben noch einen gegner getötet hervorragend jetzt müssen wir ganz schnell und hier verpieseln und wieder zurück dann laden wir uns mal eben schnell auf lauf nicht weg lauf nicht weg kollege okay das sieht nicht schlecht aus für uns hier weg hier weg hier weg hier weg hier scheiße wir haben kein zauber mehr wir müssen auf jeden fall warten ja ich auch ich meine das auch tut er uns wir bieten uns erst mal zurück und laden holen uns noch den ein oder andere das ein oder andere teil können wir uns ein verbündeter okay was haben wir denn die tüte leute er wurde getötet dass wir uns mit was haben wir noch ein gegner wurde getötet das reicht so erst mal reicht das das weiß ich nicht oh ja wir haben ja komm hier super jetzt haben wir den kannibalismus zauber dann können wir den kollegen noch ein bisschen was ich komme doch schon ich kann ja nicht hexen so unser zauber ist gleich unsere heilung ist gleich aufgefüllt wieder ja okay 80 sekunden aber egal das schaffen wir trotzdem ich werde das auch tun hey du Spacko ja ich fühle mich in die schlag ein verbündeter wurde getötet du bist fällig kollegen du bist fällig du bist fällig und ich gleich auch scheiße 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 nix wie weg hier nix wie weg hier berserker ich tue ja mein bestes jetzt heißt es für uns erst mal jetzt heißt es für uns erst mal weg hier oh shit er hat uns doch noch gekriegt von hinten tja das war jetzt dumm gelaufen würde ich sagen naja jetzt gehen alle auf eine lane oder wie ja supi dann holen wir uns den noch so zack und dann geht es wieder los tot ernst ja ich auch ich meine das auch tot ernst jetzt gibt es mal richtig einen auf den sack wir sind alleine auf der untersten auf der bot lane weil alles irgendwie sich nach oben tummelt aber das macht nichts wir werden den zweien da jetzt mal den popo aufreißen so drei champions haben wir schon gekillt einmal sind vier gestorben scheiße ja du bist fertig führ mich in die flach okay so mein freund so geht das jetzt müssen wir hier mal gucken dass wir die kollegen aber wir ja ganz locker in die flucht schlagen und jetzt laden wir uns erstmal auf so zack zum schluss mit lustig du bist fertig ich krieg dich oder dich ist mir egal ist mir egal oder ich kann das das okay Gian wir sind es ist so weg hier jetzt aber schnell weg ich denke ja ich auch ich auch ich auch ich auch ich auch ich auch guck mal ob wir den turm schaffen die verpüseln sich wir können es schaffen wir können es schaffen ok hätten wir und rückruf und dann geht es weiter für uns ja das kommt schon mal vor das kommt schon mal vor so wir brauchen irgendwas zum zur abwehr noch okay das war eine geile kiste das hatten wir beim letzten mal hatte ich das ja ist okay so jetzt werden wir weiter nach vorne rücken jetzt müssen wir gucken jetzt haben die sich auch wieder aufgeladen dass wir nicht wieder einen auf den sack kriegen aber da mache ich mir moment mal keinen kopf weil der kleine mann hier ist schon echt cool das mache ich doch gerade so steht fünf fünf getötete champions gegen einmal gestorben das geht ja noch so jetzt bist du fällig weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier so jetzt seid ihr fällig ihr seid fällig für die speckkiste weg hier weg hier weg hier scheiße 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 weg hier weg hier verbogen kollege ich bin nicht verbogen warum schießt der auf uns das schaffen ich bin das Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Du bist fällig, mein Freund, du bist fällig. Du kannst nicht entkommen. Ich krieg dich. Ja, hab ich doch gesagt, dass ich dich krieg. So, du kleiner Drecksack. Tö, 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 tö. Wer ist euer Beschwörer und was macht ihr? Oh, wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Wow, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen. Ja, das weiß ich auch. Das ist echt, was machen die denn da? Wurde. Genau, das ist wieizinmbar der Seele. ...eine Ärzte... Super, war das Pause. Wir wollen jetzt... ...hau... Okay, wir haben im Moment keinen Zauber. Den schaffen wir auch noch mal. Okay. Wir haben im Moment genug Zauber. Ja, wir können uns wieder heilen. Okay. Okay, wir nehmen den hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So, jetzt wollen wir uns mal hier wieder aufladen. So, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Komm, kümmern wir uns, mach hin. Oh. 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 Oh, weg hier, schnell weg hier, weg, 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 weg. Wow, 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 wow. Terminiert. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist ja nicht gut. Okay, wir haben nicht mehr viel, aber wir können uns gleich wieder aufladen. Noch einen Augenblick, noch einen Augenblick, müssen wir aushalten. Nur noch einen Augenblick, dann können wir, ja, wir können gleich, wir können gleich. jetzt kommt kinder los geht's wir haben nicht mehr genug wir gehen zurück wir sind vielleicht tot und da habe ich jetzt gar keine lust zu wir sind nämlich bis jetzt echt gut durchgekommen dann werden wir uns jetzt erstmal zurück beamen einmal teleporten und dann gucken wir dass wir die die abwehr noch ein bisschen den beziehungsweise den angriff den schaden das nehmen wir uns mit so jetzt geht es wieder los jetzt müssen wir uns schnell beeilen schnell beeilen ja nicht klar dreifach Tötung so ja ich auch so wir haben Level 12 schon erreicht das ist hervorragend wir sind voll aufgeladen so schon Pragma ist tot oh shit ein Gegner wurde getötet so müssen wir gucken dass wir hier irgendwie raufkommen da sind sie schon wieder okay zack geht es das sieht richtig gut aus hier für uns jetzt ist er richtig gut aufgeladen das sieht richtig gut aus für uns jetzt so und weiter geht's kommt jetzt den schatten wir den liebetor kommen wir jetzt ja cool der kiste ein gegner wurde getötet der gegnerische inhibitor wird bald wieder aufgeladen das ganze vergessen blutrausch doppeltötung so noch ein das ist jetzt die letzte runde kommt jawohl wir haben es geschafft geile runde auf jeden fall supi geil wir haben uns richtig gut durchgeschlagen hat ein riesen spaß gemacht und wir sind zum glück auch nur einmal heute gestorben gut da bedenke ich mich ganz herzlich fürs zuschauen hoffe es hat euch genauso gut gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten runde League of Legends wieder bis dahin Leute tschüss 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 tschüss